Ich hab was von der Welt gesehen, ist die Hauptsache. Ich hab was von der Welt gesehen, ist die Hauptsache. Leute, das war fast nur noch schar, ey. Das sind keine Hoden mehr. Patrick, hast du wenigstens den Gebieten überlassen, weil wir das nicht überlassen hast du... Ne, das Ding ist wieder da, ist wieder da. Ja, ich... Weiß schon, ich bin... Ich mach nur Patrouillen, Digga! What the fuck? Ich hatte Ahnung, vielleicht ist es ein absoluter... Oh, wahrscheinlich, ja. Oh. Oh, ich hab ihn... Oh. Oh. Oh, okay. Boah, kick mich nicht weg. Ja man, ich hab voll Angst vor diesen Dinger. Boah, wohin? Gott. Ja, ich glaub du bist zu viel. Safe. Die One-Handed. Haben wir noch was, ja. Ja, das war's. Ja, das ist vorne. Er fällt runter! Hast du es gesehen? Nein! Digga fällt einfach runter! Das sah so geil aus! Ja, safe! Da ist er doch! Er sah soo gut aus! Oder wohin? Der fällt einfach runter! Das sah echt gut aus! Nein! Ja, das ist doch der Lowdrop aus der Kiste! Bei mir auf 55? Ja, schon der Bounty! Ich hab auch grad gedacht so, yo! 81, was? Boah, ist doch richtig! Yo, Heavy bekommen! 66! I take it! Ist okay! Kann ich mit leben? Ey, bis bald über Level-Twin-Rate! Wie, mit der Raid? Jo, bis bald auf 5,66! Nehm ich gerne mit! 1,2,2 3,4! ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020